S&Z Verpackung GmbH Das Kettenbeutelsystem der S&Z Verpackung GmbH Max führt ein Unternehmen und hat ein Problem. Genauer gesagt hat er mehrere Probleme. Und zwar, wenn es um die effiziente Verpackung seiner Produkte geht. Mal stößt das manuelle Verpacken an Grenzen, da es zeitaufwendig ist und Max die benötigten Mengen nicht rechtzeitig liefern kann. Mal kann die vorhandene Verpackungsmaschine nicht eingesetzt werden, weil sich der Einsatz für eine geringere Menge nicht rechnet oder weil sich das zu verpackende Produkt nicht eignet. Mal geht es um ein besonderes Produkt, das eine spezielle Lösung braucht. Dafür gibt es eine Lösung und zwar für alle seine Probleme auf einmal. Mit dem Kettenbeutelsystem steigert sich die Effizienz enorm. Zugleich wird das für ihn optimale Verfahren gefunden. Die Kettenbeutel sind über ein Führungskanal aus Kunststofffolie, die Kette miteinander verbunden. Die befüllten Beutel werden automatisch von der ProNova-Verpackungsmaschine zugeschweißt und getrennt. Gemäß ihren Anforderungen kreieren wir mit ihnen zusammen den maßgeschneiderten S&Z-Kettenbeutel. Im Endprodukt entsteht ein Einzelbeutel im gewünschten Beutelformat und den entsprechenden Ausführungen, genau passend zu den individuellen Anforderungen. Das Kettenbeutelsystem bietet Einsatzmöglichkeiten in vielen Produktbereichen und Branchen. Wir verstehen uns als Berater und Problemlöser für flexible Verpackungen in allen Marktbereichen. Verlassen Sie sich auf unsere bedarfsgerechten Lösungen und das zu ihrer hundertprozentigen Zufriedenheit. S&Z-Verpackung ist Systempartner und produziert die dazugehörigen Kettenbeutel. Seit mehr als 25 Jahren hat sich S&Z-Verpackung als Problemlöser für flexible Verpackungen etabliert. Wir bieten unseren Kunden optimale Verpackungslösungen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. www.kettenbeutel.de